Was geht ab Plakos? Herzlich Willkommen hier auf dem Kanal von Plakos. Ein kleiner Versprecher, muss auch mal drinnen bleiben. Das macht einen sympathisch und auch ehrlich und transparent. Heute wollen wir über aktuelle Themen sprechen, die momentan aktuell sind. Haben wir bis jetzt noch überhaupt gar nicht gemacht. Es ging immer um ein festes Thema. Jetzt ein bisschen Aktualität. Möchte ich euch ein bisschen erzählen, was ist momentan los? Was war in der letzten Woche los? Euch ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen, was so gerade in der Bundeswehr los ist. Damit ihr auch auf dem aktuellen Stand seid. Ich sehr gerne würde von meiner Seite aus es quasi wie ein News-Format machen. Das heißt, dass es jede Woche eine Folge gibt, wo man quasi erzählt, okay, was ist in der letzten Woche passiert? Was hat mit der Bundeswehr zu tun? Sodass alle Soldaten auf der Welt quasi sich keine Nachrichten mehr durchlesen müssen und genau hier auf dem Kanal sehen können. Alles klar, dass es in der Woche passiert. Ich weiß Bescheid, wenn mich mal jemand darauf anspricht. Vielleicht, wir gehen die Themen immer ganz kurz durch. Ich mache immer so fünf bis sechs Themen. Ich sage kurz meine Meinung dazu und mehr ist das nicht. Bundeswehr darf Soldaten nach Hitlergruß fristlos entlassen. Es war so, dass ein Soldat in einer Diskothek den Hitlergruß gezeigt hat und nach Ansprache eines Kameraden daraufhin, was er da machen würde. Allerdings hat er gesagt, wenn ich den Führer grüßen möchte, dann grüße ich den Führer auch. Dass diese Kündigung fristlos, sage ich mal, zu entscheiden ist, ist klar. Seine Ausrede war dann, seine Geste beim Tanzen wurde falsch verstanden. Gut, kann man stehen lassen, wie man möchte. Ich finde, alles klar. Wer ein Hitlergruß macht, hat in der Bundeswehr nichts verloren. Ganz klar. Dann Deutschland übernimmt Führung der NATO-Speerspitze. Die Bundeswehr wird ja quasi jetzt die schnelle Eingreiftruppe in der NATO oder hat es quasi übernommen. Und der Wehrbeauftragte sieht Bundeswehr nicht gut gerüstet. Bin ich allerdings auch der Meinung, was ich mitbekommen habe zu meiner Dienstzeit. Ich weiß nicht, wie es da im Ausland aussieht. Gerade bei den Sachen muss man mal schauen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass die Bundeswehr dazu nicht ausreichend, sage ich mal, gerüstet ist. Dann Personalnot bei der Bundeswehr. Von der Leyen, die Verteidigungsministerin, möchte Italiener, Polen und Rumänen anwerben. Ist ein schwieriges Thema. Weil ich finde, das hat was mit Nationalität zu tun. Deutsche gehören in die deutsche Bundeswehr. Polen gehören in die polische Armee. Auch der Außenminister von Polen hat gesagt, der Armeedienst sei eng verbunden mit der Nationalität. Sehe ich genauso. Finde ich auch nicht gut, wenn jetzt so ein Mischmasch da reinkommt. Ich habe absolut nichts gegen andere Kulturen oder andere Länder. Aber die deutsche Bundeswehr sollte dann auch wirklich deutsche Soldaten. Man sollte vielleicht da mal was ein bisschen an der Bundeswehr ändern, damit es für, sage ich mal, Außenstehende interessanter wird. Anstatt einfach, sage ich mal, Menschen zu nehmen, die sich über diesen Job freuen. Oder was heißt, die sich darüber freuen, so eine Möglichkeit zu bekommen. Möglicher Abzug von US-Soldaten. Ex-Generalinspekteur erwartet Bundeswehrabzug aus Afghanistan. Tausend US-Soldaten können sich bald aus Afghanistan zurückziehen. Das will US-Präsident Donald Trump. Naja, ich bin der Meinung, oder ich finde, ja, ich bin ja ehrlich, ich bin ja nicht mehr in der Bundeswehr, ich kann es ja sagen, dass die Bundeswehr in Afghanistan wirklich nie so wirklich viel gebracht hat. Klar, es hat immer mal hier ein bisschen da geholfen und hat ein bisschen, ich sage mal einfach, die Macht demonstriert. Aber wirklich was gebracht, hat es nicht. Sieht man auch in unzähligen richtigen Reportagen, dass die Bundeswehr in Afghanistan wirklich so nicht viel gemacht hat oder verändert hat. Und es sind auch noch zwei Soldaten da gestorben, was ich sehr traurig finde. Und dass US-Präsident Donald Trump möchte, dass die Deutschen sich aus Afghanistan zurückziehen, sehe ich für sehr kritisch. Ich glaube nicht dran. Gut, aber wenn es so ist, sind es tausend Soldaten weniger, die sich in Gefahr bewegen. Dann nochmal das Thema ganz groß. Rekrutierung von Spezialisten. Bundeswehr treibt Pläne für Anwerbung von Ausländern voran. Fachkräftemängel bei der Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium prüft deshalb laut einem Medienbericht die Anwerbung von Spezialisten aus anderen EU-Staaten. Ist die Frage, haben wir das nötig oder fehlt da einfach die vernünftige Ausbildung? Weil jeder Spezialist hat eine Ausbildung und diese Ausbildung könnte man ja auch hier in Deutschland vornehmen. Das ist so meine Meinung. Das waren so die Themen der letzten Woche quasi. Wenn euch so ein Format gefällt, wo ihr quasi jede Woche darauf vorbereitet werdet, was in der letzten Woche passiert ist, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Gebt dazu einen Daumen nach oben. Sprengt die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Ich bedanke mich. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.